Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf der Karte Nordkirche, mit mir in unserem TV. so ist ein gott beim stress und hier hat man kurz funktioniert auch jetzt so macht so 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 ja hallo 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 so halt stopp stopp so diesel diesel was ist es zu einem kühler von potter ja das was 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 oh oh ist das ist dann man Ich kapier's nicht. warum das jetzt nicht angehen will es ist doch stroh oh, geh doch rein, was willst du denn von mir? ich probiere es nicht egal, fangen wir jetzt erstmal zurück bis kurz bis kurz kommen wir jetzt mal bei meinem So, uh... ein paar halten dass sie da anstankstecker ist hat er oben tanken da gut was die da rein ich hatte können noch einen schlepper so drauf ja ich weiß man nicht ganz aus dem diesel das war scheiße von mir es ja es ja es das prinzip schon vernünftig eingebunden werden Also knapp auch gähig noch. So, okay, dann können wir Autosave. So. 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 Ich habe mir gehofft. Warum nicht? Hof, A3, Tankstelle, so. I'm going to go. I'm going to go. No, I'm going to go. I'm going to go. Es ist auch cool, dass der Drascha jetzt in so eine Auskrabung so extra reinfährt, sodass ihn dann besser abkunkern kann. Das war schön, das haben wir alles gut schön gemacht. Ja, ich brauche einfach noch einen Schlepper oder sowas. So, was haben wir denn noch so im Angebot? Wollen wir was wollen? Wollen wir? Ja, oder? Oh Gott. Was ist das? Nein, 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 nein. Da bin ich 300. Sehr schön, ich habe noch einen Schlepper gekauft. Oh, nein. So. sehr schön schon ein bisschen oben Werbung ist oben da rein ein nur kurz vorliegen das ist egal an danke jetzt ist es doch nicht wo uns das war immer die ausgebung dann Fertig das ist das auf jeden Fall im Komposter und die Bestimmung warum das nicht funktioniert ich weiß jetzt nicht warum wird ich werde jetzt hier nicht abliegen nicht gerade ausweiter schade das ist für morgens wir kommen in meiner aktuellen Schlafdruck muss der aktuellen der erste so viel war ein Stoffen mein Leben natürlich will ich euch allen ein schönes 2021 und wird es besser wie 2020 aber steckt man leider nicht drin abladen ist gutes Zeug ab jetzt Oh, wie ist das jetzt gescheitert? Stimmt, gar nicht. Das ist wahrscheinlich mal ein Silofoil. Okay. So. Perfekt gut. Äh. Äh. Das heißt F16. Ja. F16. Zu. Hoch. Sieber. Zu. Äh. Sechzehn. Ja. 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 bisschen abfahrt und start und werde weiter richtung und freund zustand was auch anschein ich finde ich das ganz normal spürzeln muss vielleicht wäre jetzt einfach nur die grüße einmal abhören oder so ist man schaust sein aber auch die zeitabweil nicht der gemacht aber zwischen der wand ist die grenze ist halt war wir sagen wir kurz 23.000 dazu schieben weil sonst wieder aus den schritten schalten scheiße diese hand ist so ein stück der körper korn so Aha, ich habe das auch geholfen. Sehr schön. Ach, Gott. Hehehe nein sagt es auch nicht mal kurz verwechern wo irgendwann wird jetzt das stehen bleiben ja hallo Halt, 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 Halt. Jetzt kannst du hier warten, bis du Brauzellen hast. Was ist denn mit deinem Sohn gerade? Was ist denn mit dem Sohn? 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 Was sag ich, das war's für eine Folge. Auf jeden Fall, ich hab' den Nektar vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.